Das ist unser Freund Reinhard Tschepka vom BBF-Bike hier bei uns im Gast. Und der Freund kommt immer wieder und zeigt erstaunlich neue Sachen. Wie dieses Mal habt ihr das schöne Kinderfahrrad, Reinhard? Wie ist das ein Kinderfahrrad? Das ist ein Transportrad mit drei Rädern. Das ist ein sehr luxuriöses Transportrad, was schon deshalb sehr luxuriös ist, weil wenn man in die Kurve fährt, neigt sich das Hinterteil, wie man hier sieht. Und vor allem wenn es leer ist, ist dadurch die Gefahr des Umkippens sehr minimiert. So, was sehr gut gelöst ist, der Akku ist unterhalb des Kindersitzes angepackt. Es ist ein Shimano Mittelmotor, der praktisch das Hinterrad antreibt. Zeig mal. Hat sieben Gänge. Bitte. Ist eine Siebengang-Nabelschaltung eingebaut. Ja, der Motor hat drei Unterstützungsvarianten. Eco, Mittel und Thai. Und hat ein sehr gutes Newtonmeter, dass auf jeden Fall die kleinsten Anstiege bis maximal vier Personen, also vier Kinder, transportiert werden können. Ohne dass große Anstrengungen gemacht werden müssen durch die Mutter oder derjenige, der das fährt. Also man kann optional sich eine zweite Sitzreihe hier einbauen. Die Löcher sind schon vorgesehen. Die Kinder gucken immer nach vorn. Und optional dazu gibt es auch ein Regen-Keep. Das ist gebaut wie beim Auto. Es hat Sichtfenster. Auch nach vorne und zur Seite. Zeig mal im Katalog wieder. Wir haben das schon gerade rausgesucht. Lass mal da stehen. Hier bitte. Und das ist die zweite Sitzreihe hier schon eingebaut. Ja. Und dann die vollgeschlossen auch mit Seitenfenstern. Das ist praktisch das Regen-Keep für zwei Personen. Das ist dann leider oben aber geöffnet. Das ist bloß so ein Windschutz. Okay. Was noch vielleicht hervorzuheben ist, der ganze Kasten besteht aus Alu. Auch das Blech. Das bedeutet, es rostet überhaupt nicht. Und hier sind sogar kleine, vorsichtshalber sogar noch Schlitze gleich drin gelassen worden. Falls ich es regnen sollte und man hat das Regen-Keep vergessen, damit das Wasser auch ablaufen kann. Okay. Super. Ja. Was noch sehr wichtig ist, der ganze Rahmen ist mit Pulverlack. Also sehr schlagfester Lack. Mhm. Ja. Die Vorderräder werden über Scheibenbremsen gezogen. Okay. Das Hinterrad über eine spezielle Ronderpräge. Das ist eine Spezialbremsverrichtung von Shimano. Und das wird beides von hier vorne am Bügel gezogen. Okay. Was noch hervorzuheben ist, durch diesen Bügel hat man natürlich den ganzen Kasten sehr gut unter Kontrolle. Zeig mal, was du sagtest. Was ist da unten? Gasfeder? Das ist ein Gasfedermechanismus, der praktisch bei der Kurve das Hinterteil neigt. Okay. Das wäre eigentlich soweit das Wichtigste. Verkaufspreis, wie viel? Äh, 4300 knapp. 4300 plus, wenn man die zusätzlichen Überzüge da zunehmt. Und da kostet zum Beispiel ein, das Regenverdeck für vier Kinder kostet 250 Euro. Okay. Ja. Mhm. Super. Klasse. Ich bin auch Probe gefahren, finde ich gut. Gerade für Eltern, die die Kinder gerade nicht unbedingt mit Auto transportieren möchten, dann können sie sowas hier zulegen. Deshalb ist, sage ich immer, der Einsatz ist wichtig, wo das genutzt wird. Richtig. Erst wenn die die Vorteile sehen und sagen, okay, kann ich mir vorstellen, dann sieht der Preis total anders auf. Reinhard, was sagst du? Am besten sowieso eine Probefahrt machen. Das ist immer am zweckmäßigsten. Okay, super. Reinhard, vielen Dank. Ja. 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 Ja.